Hansi Flick ist nämlich bei uns. Hansi, wie geht es? Bastian Schweinsteiger, den hatte es offensichtlich übler erwischt. Es hat schlimm ausgeschaut. Wir hoffen natürlich alles, dass es nicht ganz so schlimm ist. Der erste Eindruck war eher so, dass es geht und jetzt wird aber nur intensiv untersucht. Und wer kommt jetzt rein und wer geht raus? Kommt er jetzt zum Finale der großen Castingshow? Ja, es ist so, dass Marco Marien für Basti Schweinsteiger kommt und Charmin Schoens kommt für Micha Ballack. Das sind die einzigen beiden, die noch kommen? Eins und beiden, ja. Okay, Dankeschön, Gerhard.